Hey, mein Name ist Klaus. Du bist hier auf meinem Kanal JustKlaus und das hier ist mein Kanal Trailer. Ich freue mich, dass du dir dieses Video anschaust und vielleicht hast du nach diesem Video ja Lust auf mehr. In diesem Video erfährst du alles Wichtige über mich und meinen Kanal. Ich bin 15 Jahre alt, komme aus Thüringen, fahre gerne Longboard und bin ziemlich gut im Schlecht-Gitarre-Spielen. Ich fing mit YouTube in einer Zeit an, in der es noch kein Trend war oder man versuchte schnelle Geld zu machen. Nein, ich fing an, weil es mir Spaß machte, Clips und Schnipse zusammenzuschneiden, zu kombinieren und am Ende etwas, wenn auch Kleines, zu erschaffen. Also, um es kurz zu machen. Ich fing aus den richtigen Gründen mit YouTube an, denen ich es wahrscheinlich auch zu verdanken habe, dass ich nun seit über 2,5 Jahren immer noch YouTube mache. Das sind 850 Tage, die ich nun schon auf dieser Plattform verbringe und diese Zeit nutzte ich, um über 140 Videos hochzuladen. Damit verzeichnete ich bis jetzt schon 15.000 Klicks nur auf diesem kleinen Kanal. Im letzten Jahr begann es, das Videos zu produzieren, mir immer mehr Spaß machte und auf diesem Kanal versuche ich mit einer erfrischenden Kombination aus Gaming und Real Life zu überzeugen. Das Ganze fing also am 01.01.2014 damit an, dass ich mich entschied, einfach mein Let's Play hochzuladen. Das Ganze zeugte weder von Inhalt noch von Qualität, doch der Gedanke war gesetzt. Ich war mir nicht sicher, was ich da tat und ich wusste nicht warum, aber ich wusste, dass ich es tun wollte und das hat offensichtlich gereicht. Ich fing mit Let's Plays an, die keinen interessierten, die keiner schaute, die keiner kommentierte. In der Schule wurde ich deswegen belacht, aber ich machte weiter. Gaming war schon immer eine interessante Sache für mich. Ich habe immer schon gespielt und bin immer ein Spielkind gewesen. Neues auszuprobieren, neue Spiele zu sehen, neue Standards zu sehen, sind Sachen, die mich einfach extremst reizen und das war wahrscheinlich einer der Aspekte, warum ich mit YouTube anfing und Gaming hochloot. Momentan merke ich, dass mir die Produktion von Real Life Videos mehr zusagt, aber ich versuche zwischendurch immer mal ein Gaming Video zu machen. Denn hey, ein Spielkind bleibe ich immer. In einer, ich nenne es mal Community in der Größe wie jetzt, finde ich immer die Zeit für die Beantwortung aller Kommentare und kann auf diese eingehen, alles beherzigen und Vorschläge annehmen, ausprobieren und Neues machen. Deswegen finde ich auch, wir sind in einer guten Größenordnung und der Kanal hat eine angenehme Größe. Das, was ich momentan tue, ist das, was ich liebe und das, was ich kann. Ich hoffe auf eine noch lange Laufbahn auf YouTube. so. Vielen Dank.